herzlich willkommen zu einer weiteren folge lasst uns lesen wir machen weiter mit den deutschen sagen gesammelt von brüder grimm auf der seite werde ich die seite einblenden die ich aktuell lese damit wir gemeinsam lesen können und da oben werde ich eine infokarte einblenden die zu den vorherigen folgen führt ich kann es noch ein paar mal wiederholst das ist irgendwann in der ich mich noch mal kurz entschuldigen ich habe jetzt auch nicht besonders viel vorbereitet muss ich sagen aber die sagen geben schon genug dafür zum reden genug stoff und nach den sagen kann ja auch ein bisschen erzählen was ich in den letzten wochen hier so erlebt habe ein bisschen zu erzählen habe ich gut dann wollen wir mal ich habe natürlich wieder geübt wie immer aber natürlich ist man vor der kamera auch ein bisschen anders wo war man denn wo war man ich glaube mehr viel ist das nächste was ich brauche so zack 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 genau hier war das ja die erste sage heute heißt die mehrfee in der ortena unweit offenburg liegt stauffenberg das stammschloss des ritters peters dimmringer von dem eine wunderbare geschichte erzählt wird an einem pfingsttage früh ließ er sein pferd satteln um von seiner feste nach nussbach zur kirche zu reiten der knappe ritt voran unterwegs am eingange des waldes sah eine wunderschöne reich geschmückte jungfrau mutterseelen allein sitzen die ihn grüßte der knecht dankte und ritt weiter bald kam er peter selber sah sie war erfreut von ihrem anblick und grüßte sie freundlich sie neigte sich und erwiderte gott danke dir deines grußes da musste der ritter absteigen erreichte ihr die hand und setzte sich neben sie ins gras dann sprach er gnade schöne frau wenn ich fragen darf was mir auf dem herzen liegt so sagt mir weshalb ihr hier so einsam sitzt und niemand bei euch ist sie antwortete das sage ich dir auf meine treue weil ich dir dein erwarten wollte ich liebe dich schon so lange und überall im kampf und streit auf weg und straßen habe ich dich heimlich gepflegt und behütet mit meiner freien hand dass dir nie ein leid geschehen konnte der antwortete der ritter es konnte mir auf diesen wege nichts lieberes geschehen als dass ich euch erblickt habe und meine wille wäre bei euch zu sein bis in den tod sie erwiderte das mag wohl geschehen doch darfst du dir kein anderes eheliches weib nehmen sonst würdest du am dritten tage sterben müssen wenn du allein bist und verlangen nach mir hast werde ich gleich bei dir sein und du sollst mir glücklich leben dürfen darauf erlobten sie sich miteinander und versprachen sich treu zu sein sie gab ihnen einen schönen ring und beide trennten sich der ritter ging in das dorf zur kirche als er wieder daheim war dachte er wenn ich doch meine liebe braut bei mir hätte wie er kaum das wort ausgesprochen hatte war sie bei ihm und sie konnten hochzeit machen sie gab ihnen geld und gut so dass er keine not litt und fröhlich leben konnte als er in fremde lande reiste war sie immer bei ihm so oft er ihre gegenwart wünschte endlich kehrte er wieder heim in seine heimat da lagen ihn seine verwandten an dass er sich ein eheliches weib nehmen solle denn seine verheiratung war geheim geblieben so dass er allerwärts als ein junggesell gehalten wurde herr peter antwortete er will ich mich zu riem schneiden lassen als dass ich mich vermähle es sollte aber dazu mal ein deutscher könig gewählt werden der sterbenberger zog darum mit anderen edelleuten nach frankfurt da tat er sich im ritterspiele so hervor dass er die augen des königs auf sich zog ja der könig schenkte ihm seine gunst in dem maße dass er ihm seine nicht aus kärnten zur ehe antrug eine solche hohe ehre auszuschlagen war sehr bedenklich dennoch war herr peter hierzu fest entschlossen da bestürmten ihn seine verwandten ihnen den grund seines merkwürdigen verhaltens zu sagen und er rückte nun damit heraus dass er schon glücklich verheiratet sei erzählte ihn auch die näheren umstände da riefen alle einmütig das sei keine natürliche ehe sondern ein teufelsbündnis das er schleunigst lösen müsse um seinen und seiner verwandten namen nicht mit schimpf und schande für ewigkeiten zu bedecken für ewige zeiten zu beflecken als zu seiner ehren ritter ehre angegriffen ward begann er schwach zu werden brach die gelobte treue und verheiratete sich mit der nichte des königs tat dies aber mit tiefer betrübnis am dritten tage danach war er tot graben und scham hatten ihm das herz gebrochen im 16 jahrhundert wusste noch jeder mann die geschichte von der schönen meerfee und noch jetzt ist dies ist der zwölfstein zu sehen wo sie ihm zum ersten male erschienen war also die meerfee ich habe übrigens noch ein bild aus dem buch ich habe jetzt die geschichte mehrfach durchgelesen ich weiß jetzt nicht ob das wirklich ein teufelsbündnis ist wahrscheinlich ist es eins aber das ist doch ein eine gute frau oder ich mein sie kommt nur dann wenn du sie brauchst wenn du sie willst und dann verschwindet sie wieder sie gibt ihr geld sie gibt ihr gut dass du gut leben kannst ja und wahrscheinlich wird sie auch nicht älter wenn sie so übersinnlich ist wird sie wahrscheinlich auch ewig jung bleiben schätze ich mal und sie kommt überall hin wo wohl du willst also ich würde jetzt mal vielleicht lehne ich mich ein bisschen zu weit aus dem fenster aber ich würde behaupten dass der überwiegende anteil an alleinstehenden männer hier in deutschland nicht nein sagen würden zu einer meerfee gut die frage ist halt familienwunsch wenn die frau immer wieder verschwindet wobei wenn man ja immer nach ihr wenn man sie immer da haben möchte ist sie ja auch immer da insofern kann sie ja auch dann immer für die kinder da sein ich spinne zu viel rum aber wie dem auch sei ich finde es auch schön dass man hier dass sie miteinander kopuliert haben hat man ja hier schön umschrieben mit hochzeit gemacht muss ich mir mal merken wir machen hochzeit mach mal weiter mit der nächsten sage herrmann von treffort in der ersten hälfte des vierzehnten jahrhunderts lebte in treffort ein ritter herrmann genannt der einen gottlosen lebenswandel führte obwohl er sich äußerlich nichts zu schulden kommen ließ einmal wollte er in die kirche reiten wie er aber auf dem rückweg in dunkeln war verfehlte er den weg und verirrte sich völlig auf dem heller stein als er nun an den hohen felsen kam stutzte sein pferd er glaubte es scheu vor irgendein wilden tiere gab ihn die sporen und stürzte mit ihm in den tiefen abgrund da wurde ihm splitzschnell seine gefährliche lage bewusst er rief gott zum beistatt an und gelobte so weit es die geschwindigkeit des grässlichen sturzes erlaubte wenn er mit dem leben davon käme eine gründliche umkehr das pferd zerschmetterte in der tiefe der sattel brach und auch sein schwer zersplitterte samt der scheide aber der ritter blieb unbeschädigt und hatte nachmals erzählt es sei ihm gewesen als ob er von weichen armen umschlungen gehalten und niedergesetzt werde nach dieser wunderbaren errettung ging er nach eisenach in das kloster und wurde da treu seinem gelübde ein anderer mensch er verteilte all sein gut gingen herrinnen gewandene und bettelte brot an den türen als er im jahre 1347 seinen tod nahe fühlte bat er die bruder brüder ihn nicht bei anderen frommen christen beisetzen zu wollen will er das weil er das um seine früheren schandtaten nicht verdient habe sie tat nach seinem letzten willen und beerdigten den reugen an der stadtmauer bei der liebfrauenkirche an einem unsauberen ungeweihten orte wie er es gewünscht hatte ein kühner springer war auch der ritter harras der um verfolgende feinde zu entgehen mit dem pferde in das schwopptem moment schwopptem tal hinuntersetzte und talmann von lunderstadt der von den erfurtern seinen feinden in die enge getrieben vom rothenstein zwischen jener und kahle mit dem gaule in die saale sprang und unverletzt davon kam hier wird das jetzt nicht mehr beschrieben der gute hermann der hermann seine sein 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 gottloser lebenswandel ist eigentlich die dass er immer so ein bisschen mit den frauen anbangelt der schläft zwar nicht mit ihnen mit den frauen so weit habe ich das schon verstanden also er ist jetzt nicht so dass er die mit zu einer frau zur nächsten geht wenn ich das richtig interpretiere sondern er er macht diese minne was ich euch schon mal erzählt hat diese minne gesänge und einfach dieses dieses diese dieser minne döns ja das macht er halt und tut eine frau nach dem anderen halt nach den schmachten aber halt nicht einer sondern mehr frauen und das wird er als ja nicht so ritterlich gesehen oha ich sehe gerade mein akku ist fast alle das ist schlecht vielleicht schaffe ich es ja trotzdem noch falls nicht mache ich jetzt hier einen cut ja der akku ist ausgegangen mittendrin das heißt wir sind jetzt am nächsten tag und ich mache an der stelle einfach weiter youtube magie und die nächste sage heißt der graf von gleichen zwei stunden südwestlich von erfurt liegt auf den drei bergen die gleichen drei bogen von denen wanderslebe und mühlberger in trümmern liegen während die in wachsenburg wieder hergestellt wurde die besitzer dieser festen waren die grafen von gleichen ein vornehmes geschlecht das lange zeit die schutzherrschaft über erfurt ausübte von einem derselben wird eine wunderbare sage erzählt die im treppenhause des rathauses jener stadt in herrlichen bildern dargestellt ist graf ludwig von gleichen zog im jahre 1227 in das heilige land um gegen die ungläubigen als kreuzritter zu fechten er hatte aber unglück und wurde gefangen genommen schon wartete er darauf dass ihm der henker gleich mehrere andere unglücklichen das haupt abschlagen werde da bat ihm die tochter des sultans los denn sie empfand eine heftige neigung zu den schönen ritterlichen manne ludwig wurde danach als sklave gehalten und musste saure feldarbeit verrichten die schöne sultans tochter erleichterte ihm sein los so gut sie es vermochte nachdem er mehrere jahre so in harter gefangenschaft zugebracht hatte versprach sie ihm die freiheit wenn er sie mitnehmen und ehelichen wolle graf ludwig hatte aber nun schon eine gemahlen und mit zwei kinder daheim und kämpfte mit sich selbst ob er das anerbieten der sultanen gutheißen könne endlich siegte die liebe zur freiheit er verabredete mit ihr die flucht die auch gelang sie hatten schweres auf der reise zu erdulden bald wären sie auf schwachen fahrzeug im meer versunken doch retteten sie sich glücklich nach italien hier empfing die schöne heiden die taufe und der papst gab seine genehmigung dass sie ludwig heirate im jahre 1249 kamen die beiden nach thüringen der ort der bei gleichen wo sich die beiden gemahlenen zuerst begegneten wurde das freudental genannt und heißt noch heute so man zeigt noch zu tona den tobern und das goldene kreuz das die sarazenen getragen der weg den sie zur burg pflastern ließen heißt jetzt noch der türkenweg auf dem peters berge zu erfurt sind die beiden gemahlenen samt ihren eheherren begraben ihre bilder sind auf grabsteinen ausgehauen offensichtlich ist diese geschichte war ob das jetzt so jetzt genau in den haar genau so passiert ist wie es jetzt hier beschrieben ist das ist ist nicht wirklich bestätigt aber es ist wirklich so dass der herr ludwig zwei gemahlenen hatte einmal die frau die ja sowieso schon in thüringen hatte und hat diese sultanin und es gibt tatsächlich auch bilder oder beziehungsweise hat man auch gesehen ein bett das drei plätze hatte und ja der ich weiß nicht wie es damals mit den christen ob ob das damals gut geheißen wurde nicht desto trotz hatte der werte herr zwei frauen jedes mal im bett ein glücklicher mann ein glücklicher mann also schon witzig dass diese eine mit der meerfee das geht ja auch schon in diese eine richtung ne dieser glückliche und jetzt noch der andere ludwig also der herr peter und der herr ludwig sind heute die ja ich glaube wie war es in kennt ihr die serie how i met your mother wie ich eine frau getroffen wie ich eure mutter kennengelernt habe da gibt barney dem ted doch einen einen wie sagt man einen gürtel wie im wrestling so ein gürtel wenn man es schafft einen dreier zu machen und der gute ludwig hat den gürtel verdient schätze ich mal aber gut alles klar ja aber ich kann mir nicht so gut nicht so richtig vorstellen dass die beiden gemahlen so richtig untereinander sich so gut verstanden haben wenn doch dann ist es für den ludwig noch besser aber gut so kommen wir heute zur letzten sage und die sage heißt hungersnot im grabfeld als im grabfeld große hungersnot herrschte wanderte ein einwohner mit seiner frau und einem zarten kinder nach thüringen aus um den mangel auszuweichen unterwegs im wald überfiel sie das elend und der mann der vor hunger halb wahnsinnig war machte seiner frau den fürchterlichen vorschlag ihr kind zu töten und zu verzehren damit nicht alle drei vor hunger umkämen als die unglückliche frau sah dass ich ihm ernst war widersetzte sie sich diesen großen verbrechen den sie wollte lieber verhungern als auf solche barbarische art das elende leben fristen der verzweifelte man aber war gesonnen seinen vorsatz auszuführen riss das kind gewaltsam aus den armen der mutter und hätte es wirklich getötet wenn gottes barmherzigkeit ihm nicht zuvor gekommen wäre er hat nachmals selber erzählt dass er schon das schwert erhoben habe um das kind zu schlachten als er in der ferne zwei wölfe erblickte die sich über ein erlegtes reh hermachten um es zu zerfleischen so gleich sah er darin ein wink des himmels verscheuchte die bestien und kehrte mit der beute und dem geretteten kinder zu der jammernden frau zurück worauf die not vorläufig ein ende hatte ja tatsächlich ich kann mir gut vorstellen dass sowas wirklich öfters passiert ist in der zeit ich kann mir aber nicht also was ist denn an so ein kind dran vor allem so ein kleines kind die vorstellung ist natürlich absoluter terror für den verstand aber so ein kleines kind da ist doch nicht viel also ich kann mir vorstellen dass man die kinder getötet hat damit man sie nicht füttern muss ich meine es war damals ja tatsächlich mal so gang und gäbe das sieht man ja übrigens auch im spiel the witcher der hexer dass man kinder einfach mal in den wald geschickt hat weil man sie nicht ernähren konnte einfach rein und dann sind die nie wieder gekommen insofern aber auch das muss ein mann das muss ja ein tierischer mann gewesen sein dass der zwei wölfe verjagt von ihrer beute zwei wölfe lassen sie eigentlich nicht so gerne los aber gut es ist eine sage alles klar wie angekündigt das war es erstmal hier zu dem buch jetzt wollte ich euch noch ein bisschen erzählen meine letzten wochen ihr könnt jetzt schon gehen wenn ihr wenn jetzt nicht mehr hören wollten aber jetzt erzähle ich euch ein bisschen wie die wochen waren und was mir passiert ist in der zeit also kurz nachdem ich die beziehungsweise kurz bevor ich die neue folge aufnehmen wollte es ist passiert dass ich mitten auf arbeit heftige schmerzen hier im unterbauch hatte auf der rechten seite ganz plötzlich davon von einem von einem moment auf den nächsten ging es los und ich habe mich da noch bis zum ende durchgequält weil pflicht ist pflicht und kam dann nach hause die schmerzen wollten einfach nicht aufhören allein die die fahrt nach hause das fand das war der absolute terror und ich habe dann die nacht verbracht mit starken schmerzmitteln und ich konnte nicht auf mein bett schlafen sondern musste mich dann aufs sofa legen weil ich halt auf den gerade rücken nicht schlafen konnte also konnte ich mit starken schmerzmitteln nur auf dem sofa aufrecht sitzend nur versuchen zu schlafen bis zum nächsten morgen wo ich dann den arzt angerufen habe wegen nach dem termin den habe ich dann auch bekommen dann habe ich mich dann zum arzt gequält und dann hat der arzt relativ schnell festgestellt ja das war eine blind darmentzündung und die vermutung war die blind darmentzündung weil die stelle wo es weh getan hat war dieselbe und man hat auf dem ultraschall bild auch gesehen dass das entzündet war ja dann bin ich noch am selben tag ins krankenhaus und am selben tag tatsächlich auch in der nacht noch operiert worden und witzigerweise ist zur selben zeit auch ein dann habe ich unten noch in der notaufnahme gesehen der ebenfalls wegen einer blind darmentzündung dahin gekommen ist und der würde dann tatsächlich eine stunde nach mir operiert oder gleichzeitig ich weiß nicht wie so ob der ob der vielleicht hat ja auch der chirurg so ein trick gemacht und hat dann mit der eine hand und der anderen hand hat so dann operiert er heutzutage wird das ja nicht mehr kommt wird also heutzutage wird man ja nicht mehr komplett aufgeschnitten sondern es wird dann ja über drei kleine zugänge gemacht ich habe jetzt auch einen neuen bauchnabel die gehen über den bauchnabel rein also ich glaube die auch über einen zugang pumpen sind die luft in die bauchdecke damit sich die bauchdecke anhebt dann über die andere anderen zugang eine taschenlampe damit sowas sehen und über den anderen zugang kommen sie dann mit einer kleinen instrument mit einem werkzeug und binden dann diesen wurmfortsatz ab der blind dann wird ja gar nicht entfernt sondern es wird ja nur dieser kleine wurmfortsatz wird entfernt ich habe dann mal tatsächlich mal gefragt warum man das überhaupt macht und es ist wohl so dass vor allem im mittelalter sind die leute nacheinander gestorben weil über diesen wurmfortsatz wurmfortsatz ist der blinddarm durch stoßen worden also die entzündung war so stark dass das eben man könnte sagen der sollbruchstelle und wenn der darm einmal durchreißt beziehungsweise was da ausdringt dann vergiftet das den körper sehr klar im darm sind viele bakterien und die sollen da eigentlich auch bleiben und wenn sie danach durch nach außen treten geht das über alle anderen organe und ja dann geht es ins blut und dann bist du so gut wie tot also das kriegst du nicht mehr weg gut dann kam ich nach guten fünf tagen war ich wieder draußen mit drei neuen namen und nach zwei tagen ist meiner frau aufgefallen mensch du bist ja ganz schön gelb früher morgen mir ging es auch nicht tatsächlich auch nicht wirklich gut und dann muss meine leber in den berserk modus gegangen sein und hat so einen gewissen stoff in großen mengen abgelassen haben das dann natürlich durch das blut zirkuliert und das lagert sich dann in der haut und als auch in der im auge ab das heißt also ich hatte die gelbsucht aber gelbsucht ist keine krankheit mehr also wird nicht mehr als krankheit eingestuft sondern eher als ein symptom ja dann bin ich noch mal zum arzt blut abgegeben und da meinte dann die schwester zu mir der wert der leberwert der normalerweise als referenz bei 1 ist oder bei 1,6 ich weiß es nicht mehr der war bei mir bei 9 ich bin dann am selben tag wieder ins krankenhaus rein ja und dann haben sie erst mal geforscht und gesucht was sie so bis eine mat die ganzen ultraschall was es alles so gibt natürlich ausschließen was war es überhaupt und letztendlich war es so dass da war nichts also ich möchte euch jetzt nicht meine ganze kranken geschichte jetzt hier erzählen aber da war nichts ja meiner leber ging es gut meiner gallen ging es gut es hat sich einfach nur dieses dieser stoff einfach in vielleicht in ein zwei tagen drei tagen über sich immer in blut abgesetzt und dadurch ist die konzentration immer höher geworden bis man ist dann halt wirklich sieht dass man gelb wird aber das hat dann eben aufgehört dass die dass die leber weiter das zeug ausschüttet und dann hat es eben noch mal weitere fünf tage gedauert bis ich das komplett abgebe das sieht man dann halt auch im urin ich weiß nicht der eine von euch kennt ja wahrscheinlich wenn man sehr dehydriert ist wenn man kein wasser nicht genügend wasser getrunken hat dann wird das wird der urin ja sehr sehr gelb und der war bei mir permanent gelb also wirklich honigfarben egal wie viel ich getrunken habe das heißt also mein körper klingt immer komisch mein körper also ich eigentlich ich bin ja kein gast in mein körper ich bin ja ich ich habe dann sozusagen das ausgespült aus über den urin und über den stuhlgang halt ausgeschieden geschieden geschieden bis halt langsam der wert nach unten gesunken ist und die konzentration im blut und in der haut nach unten gefallen ist nach fünf tagen war das nur noch die hälfte und dann durfte ich wieder raus ja und in der zeit natürlich konnte ich keine videos machen es ging mir zwar noch ein paar tage also es hätte es hätte ich hätte schon früher videos machen können aber dann hätte ich ein video hier gemacht während ich ja da hätte ich mich hummer hummer an die stirn kleben können und sagen hier nein ja war schlecht jetzt aber das wollte ich nicht machen denn diese videos hier sind ja mehr oder weniger für die ewigkeit und wenn ich dann hier mal einmal in mit gelbsucht hier sitze das ist na das will ich euch nicht antun das will ich mir selbst nicht antun insofern ja das jetzt habe ich endlich das video fertig und ich muss aber dazu sagen ich hatte während der zeit im krankenhaus eine ich würde mal sagen mediendiät meine ganze also es ist eine sehr seltsame mediendiät wenn ich mal so sagen darf also das hat daraus bestand daraus dass ich pokémon go gespielt habe und buruto mir aus angeschaut habe auf netflix mit untertitel die deutsche deutsche vertonung ist da ist der horror ich muss sagen buruto ist gar nicht mal so schlecht aber da streiten sich die geister und ja das pokémon go hatte tatsächlich auch einen tieferen sinn dahin es war nämlich so wenn man bettlägerig ist dann kriegt man ja diese spritze die thrombose spritze damit das blut nicht verklumpt man eine thrombose irgendwo kriegt und dagegen zu gehen habe ich halt gesagt ich lade mir pokémon go runter und lauf mal ein bisschen ja und fange ein paar pokémon und bewegt mich halt und das habe ich nachdem ich aus dem krankenhaus ausgekommen bin bin ich wieder so ein bisschen in den pokémon go fieber wieder gefallen und das aktuell ist ja sehr viele events weil ja sommerferien sind und ich bin halt lauf kilometer für kilometer muss ja auch die eier ausbrüten dabei und so und bewegt mich dadurch und dadurch konnte ich mir die spritze sparen bzw die wahrscheinlichkeit dass ich eine thrombose kriege wird noch weiter verringert man kann natürlich auch anders machen man kann einfach ein bisschen fahrrad fahren aber ich dachte dass somit laufen und somit pokémon fangen und so ein bisschen hin und her ist ja macht mehr spaß für mich zumindest das kann man ja dann auch mit mit anderen leuten machen dann macht sie noch mehr spaß aber ich kann aber auch sagen diese mediendiät die hat auch wirklich gut getan also er kennt doch die aktuellen situationen wenn du den fernseher anmachst oder die nachrichten anmachst und dann das zieht einen so dermaßen runter und das ist wirklich eine befreiung mal so ein paar wochen gedanklich davon wegzukommen es ist ein es erinnert mich so ein bisschen an kind sein als kind interessiert sich ja auch politik und die ganzen gesellschaftlichen probleme interessieren dich als kind nicht und du hast du verstehst es ja auch nicht und du bist in deiner eigenen welt und so war das so ein bisschen bei mir auch meine welt bestand den ganzen die über tage lang aus brutto schauen und pokémon fangen auf pokémon go das war meine beiden interessen ja und vielleicht noch das neue selda ich sage immer noch zähler ich bin zähl immer noch besser ja das neue selda spielen diese drei dinge das war dann halt was mein ein ganzer verstand hat mein ganze tagesablauf bestimmt hat und das war mal so ein bisschen urlaub für den verstand gut aber genügend urlaub jetzt muss ich auch mal wieder richtig euch auch weiter mal wieder ein bisschen versorgen mit videos gut ich hoffe das hat euch bis hierhin gefallen ja übrigens noch ich habe was das streaming betrifft habe ich mich weiter ich habe ein paar sachen schon bestellt damit ich das streaming vorantreiben kann dass das mit der mit dem dass die kamera ausgegangen ist hat mich auch mal wieder so ein bisschen gezeigt okay du brauchst noch ein kabel für die stromversorgung weil die kamera die ich verwende diese kleine sony kamera ist sehr kompakt und macht sich gut aber der akku hält nur so eine knappe stunde das reicht für diese videos reicht das vollkommen aus aber für große lange streams stundenlange streams weiß wie lange es geht reicht das natürlich nicht und ich kann nicht mittendrin immer dass den akku wechseln das ist ja auch panne insofern werde ich mir da noch mal ein längeres kabel holen da kommt das dann noch rein habe ich ja noch mehr kabel rumliegen gut egal für streaming reicht es ja und hat mir noch mal so ein bisschen daran erinnert okay das musste auch noch so machen das muss auch noch regeln die stromversorgung gut dann war es das für heute tut mir leid dass ich das jetzt hier so ein cut so ein schnitt war das war einfach jetzt mal eine pechsträhne was soll's so dann wünsche ich euch noch einen schönen start in der woche auch noch mal verzeihung dass ich das video nicht gestern also am sonntag rausgebracht habe ich wollte es am sonntag ausbringen hat aber nicht geklappt eben wegen der kamera sei es drum dafür jetzt und dann sehen wir uns hoffentlich hoffentlich bei der nächsten folge bei genau lasst uns lesen bis zum nächsten macht's gut